So, da sind wir wieder bei Tales of Symphonia und so, wir haben letztes Mal die E-Mir-Fucht bekommen und jetzt können wir sie dem kleinen Jungen abliefern so dass wir endlich nach Heimdall können nach boah, wie lange habe ich jetzt gebraucht? ich glaube zwei Episoden habe ich für den Wald jetzt gebraucht ja, das dauert halt ein bisschen ich finde es irgendwie komisch, dass die ganzen Monster nicht mehr wiederkommen normalerweise respawnen die doch eigentlich direkt wieder hallo, Heimdall? einmal speichern und rüber hier, das ist die E-Mir-Fucht wie versprochen, übrigens deiner Mutter vielen Dank, sie sagen Menschen sind rücksichtslos, aber ihr seid anders vielen, vielen Dank, hier ist es für euch Metallsphäre, yay das ist nochmal die Metallsphäre achso, ja für den uns da komm, wie heißt das da? Anpassungsdienste, oh, Heikratos ihr habt es also bis hierher geschlafen was? du weißt also, wie Colette gehalten werden kann? und wenn ich es wüsste? warum hilfst du uns? warum gibst du uns Tipps, wie wir sie retten können? ja, warum bist du hilfsbereit? warum hilfst du uns, du Penner? ja und woher wusstest du, dass äh, Colette's Engeltoxikose dieselbe Krankheit ist die einer der Gefährten des Heldmythos hatte? und was erhoffst du zu erreichen, indem du das fragst? ähm, naja diese ist die Städter, Helfer, Halbelfe, danke der Zutritt bitte? dies ist eine Schutzmaßnahme gegen jene, die unsere Stadt in uns Glück gestürzt haben wenn ihr das nicht akzeptiert, dürft ihr auch Menschen nicht eintreten Leute, wir warten hier wir überlassen alles weitere dir na gut die müssen leider vor der Stadt warten dürfen nicht einten rein Mythos, den Heldin zu erwähnen, ist in der Stadt tabu wieso? wir müssen uns nicht rechtfertigen, befolgt die Einweisung in verborgen statt der Elfent so, als allererstes laufen wir in den Rüstungsshop natürlich ähm was bist du eigentlich? ja, blablabla ah ja, hier ist das Anpassungsdienst, aber auch was anderes so, Vazirapia können wir einen kaufen einen Sonnenschakram Polarlicht für Jinus, einen Ruhnstab ich überlege gerade, habe ich nicht den Ruhnstab schon? egal, kaufen so, China, die Gladeus haben wir den Milchwert brauchen wir nicht die Donnerangst haben wir Moment das Sonnenschakram habe ich auch nicht warum habe ich das Sonnenschakram, aber Colette nicht ausgerüstet gemacht, das Kristall haben wir auch so ich muss mal eben gucken äh, Vazirapia der hat schon seine Donnerangst hat sie auch schon Gladeus hat er schon Jeska und ich glaube, ich habe euch den Sonnenschakram nicht ausgerüstet oh, komische Sachen passieren hier so Ruhnpanzer für Selos Ruhnenzirte brauchen wir nicht ein Ruhnengewand ich glaube Jinus hat schon eins das habe ich damals in der Menschenkram gefunden eine Ruhnerobe Blaubrain hat auch ihre schon einen Ruhnhelm äh, Ruhnhüte brauche ich nicht Ruhnreife auch nicht ein Ruhn, äh, Schild habe ich habe ich natürlich auch nicht ausgerüstet ich Idiot mhm Ruhnenhandschuhe nee Ruhnenstiefel ja so, ausrüsten der hat schon die ganzen Ruhnensachen ja, ich kriege den Ruhn Ruhngewand äh, Mithril Wurstpanzer dreimal, warum auch immer und einen Hanadl habe ich noch so, du kriegst den Ruhnpanzer den Ruhnhelm und den Ruhnenschild die Ruhnenrobe da ist nichts da ist nichts Ruhnzirte Ruhnansband ja das war es alles so, jetzt schauen wir nochmal in der Anpassungsschmiede ähm Zerstörer ich habe kein mystisches Kraut doof Reflekt könnte ich herstellen ja den Sonnenpanzer könnte ich auch herstellen gut, dann stellen wir den einmal her den Reflekt stelle ich einmal her Draupnir könnte ich zwei von machen mache ich auch zwei ja, das war es dann auch schon nein, au geh weg sprich mich nicht an so, Reflekt magische Rüstung äh, verdammt keine Ahnung ob, ich glaube die gibt so ein bisschen auf Elemente ne gar nichts macht die schön heißt einfach nur so schön Reflekt so, ein Draupnir okay äh du hast den Sonnenpanzer du kriegst auch noch ein Draupnir und du kriegst den Sonnenpanzer wo ich gerade eine Runde COD gekauft habe aber way interessiert es dann haben wir hier noch den Futterladen und auch den Katzladen auch wenn ich nie zu den Viechern hingehe ich habe sie also eigentlich braucht man die Katz nicht so wirklich diesen, also halt ihren Laden hier weil wenn man einfach alle Truhen selbst findet dann hat man halt alles wenn man aber mal eine Truhe übersehen hat kann man die Katze in einem bestimmten Gebiet dann halt äh halt ja hier Befehl geben geh mal eben suchen in dem Gebiet und so und sag mal ob ich irgendwo eine Truhe vergessen habe dann suchen die halt alle Truhen die man braucht also die man übersehen hat so hier kann man auch hier so ein bisschen ein paar Kinder finden wenn man unter die Häuser herkrabbelt und so und ja wenn man dem vorbei geht hier zum Beispiel noch ein Köter ich glaube dass irgendwo anders in der Stadt ist noch einer versteckt ich glaube ich bin mir da jetzt nicht mal so sicher die sollte man auch direkt beim ersten Mal holen wenn man hier ist wenn man halt auf Koletz und der liebhaberen Titel aus ist aber wir müssen jetzt einfach nur noch mit dem Dorfältesten sprechen wie wird das? Mauerblatt, Cloud ja, wir brauchen es das ist eine wichtige Pflanze die wir helfen für unsere Magie benötigen dann können sie nicht jeder x-beliebigen Person dir sagen, wo sie wächst kann man deine nichts machen ohne die Pflanze stimmt eine Freundin von uns wie meint ihr das? äh, eine Freundin von uns ist krank sie hat, äh, Engels-Effekt und so äh, nein, nein, nein chronisches Anglos chronisches Anglos Kristallikus, äh, Kristallus in Officium ja genau, das eben was? das ist ein Mathez also hat deshalb Kratos allen so was? haben sie gerade Mathez gesagt? was ist mal mit Kratos? was wollte der hier? macht euch keine Sorgen, Kratos Mauerblatt, Cloud wächst in einem Gebiet südöstlich von hier in der Lathe und Schlucht sie liegt tief in den Bergen von Lebensschleiern umgebend zeigt dem Wächter diesen Stab älteste ich habe ja nichts weiter zu sagen Menschen jetzt haben wir den Stab bekommen wenn wir jetzt ich hätte auch einfach so jetzt da hingehen können aber da hätte einfach nur der Typ diese Wache gesagt du kommst du nicht rein außer ich habe Stab dann sagt er du kommst rein und da hinten ist so ein kleiner Wald da können wir hin hier ist wirklich der Heilige Torrent Wald Tote Nummer Erlaubnis des Ältesten da kommen wir auch irgendwann mal hin auch ein blöder Dungeon den ich nicht mag ähm, ja, was haben wir noch? später sehr viel später können wir hier auch ähm also hier lernt man Meteor Storm von dem alten Opa du musst einfach nur anreden da seid ihr ja wieder verlasst ihr den Ort jo genau dann gehen wir gleich abkürzen Moment, bevor ich gehe ähm was war das? das Sakralgewand oh, okay aber Polarlicht hatten wir nicht und Wunsch ja, Wunsch am Unrober ach, drauf brauchst du ja, abkürzen das ist schön das kann man hier einfach abkürzen sonst ist es mir südöstlich von hier wenn man auf die Karte guckt da ist so ein kleiner blinkender Punkt das ist genau der hier das doch, das ist es, ja Latte und Schlucht Moment ich möchte direkt davor landen danke ich möchte einmal nur kurz speichern bevor ich hier reingehe juh, schon mehr als eine Stunde Spielzeit da der da hier scheint den Stab des Alters zu haben hier kann passieren so, den Teil mag ich auch nicht so wirklich was ist das für eine Blume bua, was ist das? aua meine Zähne haben ganz ziemlich stark zusammengeknallt das hat weh sie ist groß und schön sie ist groß, aber nicht schön hey Leute, da hinten drüben ist auch eine aber sie sieht anders aus du hast recht sie sieht aus, als würde sie Wind erzeugt und sie hat eine andere Farbe Rain, was ist? ich habe ja schon in meinem Buch gelesen es gibt eine Pflanze, die ihr Wind erzeugt wenn sie gefüttert wird das ist unser lieber Rain ich verliebe mich jeden Tag aufs Neuernsee die Blume da drüben stößt Wind aus heißt das, ihr Futter wechselt in diesem Tal? äh, total dumme Stimme irgendwie für Regal da habe ich gerade irgendwie nicht ganz bemerkt ja, das wäre logisch äh, Rain bilde ich mir das nur ein oder ignoriere es in letzter meine lieben Zerclearingen? wenn ja, sind diese Blumen vielleicht zu irgendwas nützem? ja, das glaube ich auch so sehr, nicht du auch noch ach man, Seelot, bist du vielleicht mal still? was lassen wir dich hier stehen? ja, den Teil mag ich auch nie auch wenn ich sage den Dungeon mag ich nicht den Dungeon mag ich nicht aber das ist trotzdem ein geniales Spiel man muss es als Ganzes sehen und nicht nur als Teile so, holen wir mal die Kur edles Granulat brauche ich zwar nicht, aber Wayne kann man Monster hier so ein bisschen zeigen das sind auch schöne Monster oh, ich habe sogar das richtige Element und ja sie haben Schwäche Donner sind also wahrscheinlich Wassermonster was macht Genus? er greift mit Wasser an kill it with water, ne? ich habe geblockt warum hast du mir Schaden gemacht? disperse so, ich möchte nochmal ausprobieren Heavy Tiger Blade mit Thunder Blade oh, oh, oh okay, und das aber nur die beiden er braucht mich jo genau, hier kommt noch Lighting Tiger Blade raus so habe ich irgendwie ein ganz anderes Monster getroffen als ich vorher boah, dass ich vorher gezielt habe naja der Genus wollte ja schon mit Indignation ankommen warum wann wurde mein Team wieder auseinandergerissen? China hat mein Team nie verlassen warum ist sie trotzdem gegangen? so, da haben wir noch ein Monster ach komm die man in Ruhe weitermachen kann meine dumme wie heißt du? Giftlilie ii, hast du Giften? wow das sah ja schon fast so Pro-Skill mäßig aus wie ich über die Pflanze übergesprungen bin so, Gott, ich gehe kaputt ach, boah das wäre doch mal in die kleinen Lauf wenn ihr deine dummen Sporen, Pollen was auch immer irgendwie hat mich gerade mit Bomben bombardiert okay, Feuer ist anscheinend auch deren Schwäche ja, das war jetzt schon wieder total unnötig aber, okay supergranulat ja, die Monster glaube ich also diese Schnecken sind glaube ich gut zum Granulate sammeln wenn man das irgendwann mal braucht so okay kann man nicht hier unten irgendwie noch ne, kann man gar nicht hier so, wir stellen jetzt einfach vor die Blume setzen das ein da steht so eine kleine Kugel und in dieser Kugel können wir uns von dem Wind der Blumen äh, ja mitreißen lassen so, und hier oben ist noch ein Monster mit noch einer Giftfilie und noch mehr Stachelschnecken ja, komm verprügelt mich ich werde von tanzenden Pflanzen verprügelt ja, genau Explosion bam ha, ausgewickelt mit der Attacke ja, komm auf den ich hoffe das ist ich ein Greifer ja, Ray am besten du kommst noch näher dem Gegner dann kann er dich noch besser treffen das fände ich umso besser du hast sogar ein Level abbekommen finde ich gut welchem Level bin ich denn so ich glaube ich tue mal Colette für Regal und Gina für Genus so hier oben haben wir Früchte hey, das ist die Kirima ich hätte nie gedacht dass das an einem solchen Ort rext stimmt, das ist eine gute Zutat komm, nehmen wir welche mit ja, man weiß nie was man so braucht hier können wir uns unendlich auffüllen ja, wir halten Kirima Kirima ich glaube wir kriegen drei oder vier pro Pflücken irgendwie so so, bla bla welche Pflücken ja, okay irgendwann können wir halt keine mehr tragen an die Truhe da oben äh irgendwie kommt man da dran ich weiß nicht mehr wie aber ich versuch's mal ich guck mal ich werde wahrscheinlich jetzt nicht den Weg nehmen um alle Truhen zu kriegen wenn man da sehr viel dann nochmal normal machen laufen muss so, wir sollten sie doch füttern, oder? wie wäre es mit einer Kirima darüber wachsen welche äh, drüben wachsen welche oh ja, okay ich versuch's mal so, wir können die Blume füttern wir können sie mit Kirima und mit Amango füttern oder halt mit nichts mit Kirima sieht man sie werden wieder gesund und können uns Wind spenden mit Amango macht man die Blumen kaputt dann können sie gar nichts mehr brauchen wir jetzt noch nicht aber das kommt gleich noch so, geh weg, geh weg, geh weg nein ja, ich hab auch keine Zeit für den Kampf merke ich gerade aus hier tschüss so, schnell weg gut, das war sogar der richtige Weg hier und äh, kommen wir mal zu schnell vorbei und ich würd sagen hier auf der Brücke mach ich einen Schnitt wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tats of Symphonia bis dann, ciao bis dann